In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Listen ab sofort automatisch mit Power Query abgleichen können. Das Abgleichen von Listen gehört zum Excel-Alltag. So müssen beispielsweise den Rechnungen die Zahlungseingänge gegenübergestellt werden. Es kostet dann einigen Aufwand, bis der Überblick über die offenen Posten fertig ist. Mit Power Query lässt sich das automatisieren und somit deutlich schneller erledigen. Das ständige Suchen nach offenen Rechnungen oder Teilrechnungen gehört der Vergangenheit an. Die Lösung wird in den folgenden drei Schritten aufgebaut. Schritt 1. Die Listen in intelligente Tabellen umwandeln. Klicken Sie in jede Liste und wandeln Sie sie mit STRG T in eine intelligente Tabelle um. Benennen Sie über die Registerkarte Tabellentools ganz links die Tabellen um in Rechnungen und Zahlungen. Schritt 2. Die Zwischenspeicherabfragen einrichten. Erstellen Sie mit Power Query zu jeder der beiden Tabellen eine Abfrage. Klicken Sie in die Tabelle Zahlungen und wählen Sie in Excel 2016 auf der Registerkarte Daten in der Gruppe Abrufen und Transformieren den Befehl Aus Tabelle. Klicken Sie auf der Registerkarte Datei auf Schließen und Laden in. Im Dialog Laden in wählen Sie nur Verbindung erstellen und schließen per Klick auf Laden ab. Wiederholen Sie diese Schritte für die Tabelle Rechnungen. Zwischenfazit. Ihre Arbeitsmappe enthält jetzt je eine Verbindung zu den beiden intelligenten Tabellen Rechnungen und Zahlungen. Diese werden im Aufgabenbereich Arbeitsmappen abfragen am rechten Bildschirmrand angezeigt. Fehlt dieser Aufgabenbereich, blenden Sie ihn über Daten, Abrufen und Transformieren, Abfragen anzeigen ein. Kommen wir zu Schritt 3. Die offene Postenliste erstellen. In der offenen Postenliste werden von den Rechnungsbeiträgen die Zahlungseingänge abgezogen. Übrig bleibt eine Liste mit nicht oder nicht vollständig bezahlten Rechnungen. Per Rechtsklick auf die Abfrage Rechnungen im Aufgabenbereich Arbeitsmappen abfragen wählen Sie Zusammenführen. In der Mitte des Dialogfelds Zusammenführen wählen Sie im Listenfeld die Abfrage Zahlungen und markieren die Spalte RE-Nummer in beiden Tabellen. Im Listenfeld Join Art belassen Sie die Auswahl bei linker äußerer Join und schließen mit einem Klick auf OK ab. Im Ergebnis erhalten Sie eine neue Abfrage namens Merge-Ions. Sie enthält alle Spalten der Tabelle Rechnungen und eine zusätzliche Spalte New Column. Die Uhrzeit in der Spalte RE-Datum wird nicht benötigt. Per Rechtsklick auf den Spaltentitel RE-Datum wählen Sie daher Typ Ändern und stellen Datum ein. Klicken Sie auf den Pfeil im Spaltenkopf von New Column und wählen Sie die Option Aggregieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor Summe von Zahlbetrag. Dadurch werden für jede Rechnungsnummer die zugehörigen Zahlungseingänge aus der Tabelle Zahlungen automatisch zu einer Gesamtsumme zusammengefasst. Entfernen Sie das Häkchen bei ursprünglichen Spaltennamen als Präfix verwenden und klicken Sie abschließend auf OK. Benennen Sie die neue Spalte per Doppelklick auf den Spaltenkopf in Zahlbetrag um. Für Rechnungen ohne Zahlungseingang wird der Zahlbetrag mit 0 angegeben. Ersetzen Sie per Rechtsklick auf 0 den Wert durch die Zahl 0. Nun wollen wir die offenen Rechnungsbeträge berechnen und ausgeben. Markieren Sie nacheinander mit gedrückter Steuerungstaste die Spalten RE-Betrag und Zahlbetrag. Wichtig, nur bei dieser Klickreihenfolge werden im nun folgenden Schritt die Zahlbeträge von den Rechnungsbeträgen abgezogen. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen aus Zahl Standard subtrahieren. Benennen Sie die neue Spalte per Doppelklick auf den Spaltenkopf in offen um. Um alle vollständig bezahlten Rechnungen aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil in der Spalte offen und entfernen Sie das Häkchen bei 0. Benennen Sie die Abfrage in den Abfrageeinstellungen in offene Posten um. Klicken Sie auf Datei, Schließen und Laden. Sie erhalten ein neues Arbeitsblatt mit einer intelligenten Tabelle, die den Namen offene Posten trägt. Benennen Sie auch das Arbeitsblatt um, zum Beispiel in offene Posten. Fügen Sie der intelligenten Tabelle mit der Tastenkombination STRG-UMSCHALT-T eine Ergebniszeile hinzu. Die Werte der Spalte offen werden automatisch summiert. Dank der Abfrage mit Power Query ist Ihre offene Postenliste ab sofort mit nur einem einzigen Mausklick up to date. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie ab sofort Listen automatisch mit Power Query abgleichen können. Viel Spaß beim Nachvollziehen!